Künstliche Intelligenz Irgendwann übernehmen die Roboter die Weltherrschaft Wenn ich das Wort Künstliche Intelligenz höre Ich habe mal irgendeinen Film gesehen, da war das eher so eine leuchtende Masse, die konnte denken Ich für mich schüttle ihr den Kopf Künstliche Intelligenz ist nicht die Intelligenz, über die wir verfügen, sondern eine, die künstlich hergestellt ist Wenn ich aber intelligent sein will, dann muss ich eine gewisse Schöpfungsfähigkeit besitzen Jetzt habe ich es verstanden Smart Wenn ich... Ich bin da total überfragt Smart bedeutet... Also Smart ist ja was Kleines Aha Smartphone Smartphone Was ist Smart an dem Phone, dass er Smart genannt wird? Also, normalerweise, früher waren ja die Handys so groß, glaube ich Intelligent, clever Aha Kennst du etwas, was Smart ist? Also Smarties Ein elektronisches Medium kann doch nicht smart sein Ne, wie sagt man denn da? Ähm... Na, wie sagt man denn da? Bitte, um Erklärung Können die Menschen auf irgendwas... Vielleicht, vielleicht steht Smart auch einmal für klein und praktisch Ach, deswegen Smartphone Ah ja, stimmt Ah, danke Ja, wunderbar Haha 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 Untertitelung des ZDF, 2020